hallo ihr motorrad verrückten heute zerlegen wir gemeinsam den vergaser der kawasaki zzr 1100 und zwar geht es hier um alle baujahre also von 93 bis 2001 bevor wir loslegen schauen wir erstmal was wir an werkzeug benötigen hier benötigt ein kreuzschutz schraubendreher in der größe jess 2 wenn ihr keine jess dreher habt haben wir euch einen bezahlbaren satz in der video beschreibung verlinkt alternativ wäre hier dann nutzbar ein kreuzschlitz in der größe ph 2 dann habe ich hier verschiedene große schlitzschraubendreher auf dem tisch eine kleine spitzzange gabel ringschlüsse in 8 12 und in jetzt muss ich selber noch mal gucken in 21 millimeter ein wichtiger hinweis noch bitte schau auf alle fälle einmal kurz in die video beschreibung sollte ich vergessen etwas zu sagen oder sich im nachhinein zu deinem vergaser noch eine info ergeben kann ich das dort nachtragen außerdem findest du in der video beschreibung eine mailadresse von einem profi zu dem du deinen vergaser zur ultraschallreinigung schicken kannst weiterhin wird gern gefragt verdient der vergaser onkel denn eigentlich geht damit das ist das coole wenn du mit den affiliate links die reparatursätze aus der video beschreibung kaufst unterstützt du unseren kanal beim erhalt und beim wachstum außerdem einen shop mit schneller lieferung und mit fantastischen bewertungen wir starten freunde vorher noch einen kleinen tipp von mir bitte wenn ihr diese vergaser reinigen wollt dann trennt die vier vergaser auch voneinander denn es gibt hier auf diesen t stücken wo der kraftstoff zuläuft gibt es ohrringe und ja genau dort und das ganze habt ihr zweimal und da gibt es dort hinten oben drin sieht man da sind auch noch mal genau da t stücke zum entlüften und diese ohrringe sollte natürlich auch mal neu gemacht werden und alles was ihr dazu benötigt findet ihr selbstverständlich auch in der video beschreibung verlinkt also lasst uns starten als erstes würde ich hier den schock schritten abschrauben das ist hier die gemeinsame betätigung für den schock hier gibt es noch mal eine zusätzliche kleine feder die das ganze also wieder in den ausgangszustand zurückbringt die hake ich ja aus mit meiner kleinen spitzzange und hier ebenso so kann man die feder beiseite legen und da gibt es hier am schock schritten drei das ist also gewollt dass hier eine fehlt drei schrauben eins zwei drei kreuzschlitz schrauben die schraubt ihr locker und raus und achtet bitte darauf dass hier drunter jeweils eine kleine kunststoffscheibe liegt zeige ich euch gleich schraubt schnell raus also unter jeder schraube liegt eine kunststoffscheibe und an dieser gleichen stelle auch unter dem schock schlitten selbst noch einmal ja wenn man den jetzt hier so vorsichtig nach oben abhebt dann seht ihr hier diese scheiben genau dort auch die nehme ich jetzt hier herunter und hier liegen an gleicher stelle auch unten drunter noch mal welche die sieht man vielleicht sogar ein bisschen schwer weil die farbe hier sich gar nicht so sehr abhebt von dem von der farbe des materials vom vergaser die nehmt ihr also auch runter und dann machen wir mit dem schock holten weiter ihr benötigt jetzt den zwölf millimeter gabel ringschlüssel und könnt also hier hier muss man ein bisschen kreativ sein beim ansetzen diesen kleinen sechskant von dieser schock verschraubung hier lösen und hier seht ihr schon dass es auch aus diesem grund sinnvoll ist die vergaser voneinander zu trennen hier heranzukommen geht immer noch ja auf dieser seite wo ihr nichts weiter daneben ist hier wird sie natürlich wirklich schwierig also bitte vergaser bank voneinander trennen und ich mache den rest hier mit der spitzzange wenn ich gelöst habe das heißt also schock holgen ganz heraus schrauben das mache ich jetzt sondern sind wir gleich wieder da die verschraubung ist gelöst jetzt könnt ihr den schock holgen hier einfach zur seite heraus ziehen so sieht er aus den legen wir beiseite und im nächsten schritt würde ich gern erst mal dieses elektromagnetische schub abschaltungsventil demontieren ihr benötigt dazu den erwähnten 21 millimeter gabel ringschlüssel die sitzen manchmal sehr sehr fest wenn sich das erste kleine bisschen gelöst hat dann sprüht ihr hier bitte in diesen kleinen entstehenden spalten bisschen silikonspray oder rostlöser ein darum zeige ich euch gleich hier drauf auf diesem kleinen schub abschaltungsventil sitzt ein ohrring und dieser ohrring klebt halt manchmal so ein bisschen am material deswegen wenn ihr dort in kriechöl ansprüht dann lässt sich der rest leichter lösen wie das hier funktioniert wozu das gut ist und wie man damit umgeht dazu haben wir ein extra video gemacht das verlinken euch in der video beschreibung da brauchen wir uns also heute nicht damit befassen zu diesem video hier zum vergaser zu legen das könnt ihr also separat schauen das kann ich also auch beiseite legen so wir machen gesundheit wir machen direkt weiter mit dem schwimmerkammer deckel schaut mal diese 1234 kreuzschlitzschrauben löst ihr jetzt schraubt sie ganz heraus und dann können wir den deckel gemeinsam abnehmen die vier schrauben sind draußen ihr könnt den deckel jetzt abnehmen wenn ihr diese schub abschaltung hier am vergaser habt das haben nicht alle modelle dann kann es durchaus sein dass der deckel ein bisschen schwer abgeht zeige ich euch warum der düsenstock der hauptdüse sitzt quasi in diesem kleinen in dieser kleinen runden öffnung drin und ist abgedichtet mit einem ohrring der hängt hier er sieht nicht mehr besonders gut aus wird ja sowieso erneuert und manchmal klebt es auch an dieser stelle es kann also sein dass der deckel ein klein wenig schwer abgeht das liegt an diesem ohrring wenn es also ein bisschen zusammengebacken ist okay das nur zur information ersten schritt hier in der schwimmerkammer würde ich hier den schwimmer demontieren der sitzt hier drehbar gelagert auf einem stift und der stift ist mit dieser schraube hier gesichert also schraube lösen und herausschrauben ich halte dabei ja so ein bisschen den schwimmer fest so schraube zur seite und jetzt könnt ihr hier den schwimmer herausholen am schwimmer hängt normalerweise ich hänge es noch mal an dass ihr das seht die schwimmer nadel die ist jetzt hier schon runter gerutscht so sieht das normalerweise aus wenn er das rausholt dort genau und diesen kleinen drahtbügel den ihr hier seht den könnt ihr hier nach hinten schieben und hier gibt es einen kleinen zwischenraum und da passt er genau durch dann habt ihr also die schwimmer nadel hier abgenommen eben ist es abgefallen jetzt muss ich ein bisschen fummeln ja wie das so ist schwimmer nadel und den stift den könnt ihr ja einfach rausziehen der kommt bitte auch mit ins ultrascheibart dass der schön sauber ist dass sich das an dieser stelle also auch richtig bewegt den schwimmer beiseite und dann machen wir mit den düsen weiter das habe ich eben gesagt wir machen mit den düsen weiter wir müssen natürlich noch den schwimmer nadel wenn hier sitzt dass dieses messing teil hier auch noch demontieren diese schraube mit diesem breiten bund ja sieht so aus als wäre da eine große unterlegscheibe mit dran die schraubt ihr locker und heraus die hält das ganze also dort in position und dann könnt ihr das ist also diese hier und dann könnt ihr hier den schwimmer nadel ventil sitzt hier aus dem vergaser gehäuse gehäuse herausholen manchmal sitzt das auch sehr sehr fest also manchmal brauchst du dazu auch eine wasserpumpenzange oder irgendwas in dieser richtung ist also ein ohrring drauf wir erneuern dieses teil natürlich ganz klar das lege ich also mal hier beiseite und dann haben wir hier die düsen ich beginne hier mit der demontage der haupt düse das ist diese die sitze oben im düsenstock bitte nehmt einen gut sitzenden schraubendreher dass ihr diesen kleinen schlitz in diesem weichen material nicht kaputt macht da haben wir also die haupt düse jetzt benötigt ihr den acht millimeter gabel ringschlüssel von dem ich sprach und könnt hier den düsenstock der haupt düse aus dem vergaser gehäuse heraus schrauben zeige ich euch noch mal also dieser ohrring der hat es natürlich wirklich hinter sich auch der wird erneuert wie gesagt alle teile die ihr benötigt findet ihr in der video beschreibung verlinkt den können wir schon mal runter nehmen so diesen stock haben wir damit auch erledigt und dann gibt es hier drin die leerlauf düse ja genau da sieht man sie bitte achtet auch hier darauf versucht einen möglichst gut passenden schraubendreher zu nehmen so groß wie möglich denn auch das ist nur ein weiches material da sieht man ja auch schon hier war schon mal jemand ein wenig unvorsichtig aber das ist noch soweit okay herausgeschraubt legen wir auch beiseite und dann haben wir hier als letzten schritt auf dieser seite des vergasers noch die leerlauf gemisch schraube die sitzt dort wenn ihr möchtet könnt ihr euch das aktuelle setup natürlich notieren das heißt also ihr würdet sie herein schrauben und mit zählen wie viele umdrehungen es benötigt ist sie drin ist das ist denn also die einstellung die ihr hattet ich würde euch raten nach einer gründlichen ultraschall reinigung mit der grundeinstellung nach werksvorgabe zu beginnen diese ebenso wie den schwimmer stand findet ihr selbstverständlich auch in der video beschreibung hinterlegt also schraube ich hier raus und dann wollen wir schauen ob wir glück haben ob alles mitkommt ja ich wollte es hier mal macht das immer kurz auseinander so denn in den meisten fällen hat man nicht so viel glück wie wir jetzt hier das ist also die gemisch schraube selbst auf der gemisch schraube sitzt eine feder dann kommt eine kleine scheibe und ein ohring in den meisten fällen bekommst du nur die schraube heraus und der rest bleibt drin stecken da mache ich das dann so und ich muss ja einmal drüber greifen oder bist du so nett danke ich biege mir aus dem draht einer büroklammer einfach einen kleinen haken und mit diesem haken kannst du dann aus dieser montage öffnung die bauteile die eben drin geblieben sind meistens also wie gesagt die feder die scheibe und der ohrring die beiden kleben auch manchmal wirklich sehr sehr hartnäckig dort drin heraus holen wir sind schon hier oben angelangt und machen weiter mit dem schwarzen unterdruck deckel auch hier gibt es 1234 kreuzschlitzschrauben die löst ihr bitte und schraubt sie ganz heraus und ihr macht das bitte so wie ich ihr haltet bitte den deckel währenddessen mit einem finger fest ist eine feder drunter das zeige ich euch gleich die vier schrauben sind draußen jetzt könnt ihr den deckel hier gerade nach oben abnehmen und hier drunter seht ihr besagte feder ja nur schon mal zur information die feder sitzt hier so drauf dass die einfach also in der mitte arretiert ist in der richtigen position den deckel lege ich beiseite die feder steckt hier nur drin die könnt ihr einfach herausnehmen und jetzt könnt ihr den schieber aus dem vergaser gehäuse herausholen ich greife ja sozusagen auf der luftfilter seite rein und schiebe den hoch manchmal klebt der rand der membran hier sehr sehr kräftig in der nut vom vergaser gehäuse macht dort also bitte vorsichtig bitte keine spitzen werkzeuge die membran darf natürlich nicht beschädigt werden schiebe raus und dann nehmt ihr euch eine minute zeit und kontrolliert bitte die membran sehr sehr gründlich auf kleine beschädigungen risse löcher wie auch immer so wenn das okay ist gesundheit wenn das okay ist dann könnt ihr hier den schieber einmal umdrehen und habt ihr die teillast nadel und dieses kunststoffelement und das ist im grunde dazu da zeige ich euch hier wird also mittels der feder die nadel in position im schieber gehalten ja das kann also auch hier einfach zur seite dann habt ihr hier die nadel einzeln die kann auch mit ins ultraschallbad wie gesagt die membran bitte gründlich untersuchen und verliert bitte dieses kleine eingesteckte messingröhrchen hier nicht ja leute damit sind wir tatsächlich schon durch also im grunde ein recht simpel aufgebauter vergaser wie immer meine bitte wenn du dazu fragen wünsche anregungen oder kritik hast dann scheu dich nicht hau gern in die tasten schreib eine mail oder einen kommentar da freuen wir uns immer drüber also wir haben euch das jetzt hier anhand von einem einzelvergaser gezeigt die anderen sind selbstverständlich identisch aufgebaut ja ansonsten wünsche ich viel spaß beim schrauben viel erfolg beim projekt bis zum nächsten video